Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3 und ja, wir haben ein klitzekleines Problem. So, Asterion. Ich musste jetzt leider wieder... Was hattest du denn vorher? Den, ne? Er ist ein Blut. Achso, kriegst du noch eine Aktion. Du bist ja drauf. Knabbern kannst du wenigstens. So. Alle überrascht. Ja. Ich hab Fehler gemacht, beziehungsweise ich wusste es ja nicht. Ich glaub, den hat... Den hat Dings im Griff, oder? Oder hauen wir erstmal hier den Dicken um? Ich glaub, wir hauen erstmal den Dicken hier um. Diese Bütze haben alles gesehen. Du hast einen exzellenten Fertilizer. Was hat sie getan? Ja, guck mal. Fehlschlag. Schattenherz. Scheiße. Ah, gut. Ah, da kriegst du so was. Mann! 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 Fersen zusammen. Da ist ein ebel Schritt. Zack. Zack. Mann! Bei dir kann ich leider nicht wieder den Speer anlegen, ne? Hattest du denn vorher den Speer? Ja, ich glaube schon, ne? Schade. Ja, sorry, Karlach, aber für dich gilt das auch. Ich muss ja... Was haben wir denn hier? Ja, 6 bis 15, 6 bis 15, 6 bis 15. Ja, ich glaube, der Hammer, ne? Der war gut. Ein D10 plus 5. In Klammern ein D8. Warum ein D8? In Klammern plus 5? Ist bei Wuchtangriff, alles klar. Das ist besser als... Als Dings, ne? Nimm den Hammer. Kannst zuhauen? Verschlag. Sie haut ab. Schau mal, du prückelst auf. Geflügelter Haken schrecken. Ach, nur 16? Warum hab ich denn da denn in die, in die, in die... Kass, Alter. Kass, Alter. Das war's für heute. Und dann schnüppel ich noch mal. Fehlschlag? Ernsthaft? Hau drauf! Ein kaputtgeron? Flach! 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 Was ist das? Flach! Rückenbrecher? Naja. Hau zu! 15 reicht! Ich hunge, hau dich tot! Ich hau dich tot! Hau drauf, Carla! Oh, 9. Das ist gut. Das ist gut, Carla. Damit können wir arbeiten. Du? Läufst du weg, oder was? Oh! Er hat ihn gekillt! Fährschlag! Fährschlag! So. 40%. 40%. Da kommt ein Stich noch mal zu. So. Nicht genügend Scheiße. Schön. Der Panther macht den Rest. So. Mesekin. Ich denke, du hast die Ehre. Da haben wir den. Den kleinen. So. Den darfst du dann auch nochmal umballern. Schön. Und dann. Ganz real. Und dann. Und dann. Und dann. Ich hoffe so. Ist es ein Tod? Komm, hau ihn tot. BAM, Junge. Lageerrüstung. Einfach vorbeilaufen. Chris Reck 1 ins Kreuz. Schade. 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 der denn hier? Einen großen Knüppel. Ja. Plattenpanzerrüstung. Mittlere Rüstung. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Okay. Ring des veränderten Körpers. Unsichtbarkeit. Verschwimmen. Das Fixieren auf die wechselnde Natur des Feuers beschränkt sich nicht nur auf die Flamme selbst. Wahrnehmung und der physische Raum, den wir einnehmen, werden durch die flammende Faust manipuliert und ausgenutzt. Ja, und ein Gedankenschinder, ne? Nehmen wir alles. Kannst wieder aufstehen. Weißt du, alles ist hier frei zugänglich. Zeit, um zu gehen. Was haben wir denn denn jetzt? Achso, hier haben wir schon alles, ne? Was ist denn das hier? Er ist auch leer. Das ist ja, ist ja ärgerlich. Warum sollst du sie hören? Okay. Vielleicht sollten wir jemanden fragen. Keine Überraschung, dass wir einen Traitor finden, in der Flamme Füße finden. Honne ist nicht ihre starken Supt. Wer steigt denn denn die ganze Zeit auf? Beistand? Wir halten uns ein Blick auf Isabelle. Wenn sie jemanden anderen schicken, werden wir da, um sie zu stoppen. Guck mal, hier ist sie. Ah, guck mal. Warum? Oh, Hells. Du hast das nicht mit der Hand gekauft, oder? Sie sind schade, schade, schade. Schade. Sie sind sicher. Und schön. Danke. Ich habe nichts, was dir in Rückkehr geben, ich bin mir sicher. Da wird euch sicherlich noch was einfallen. Wir werden sehen. Gib mir ein bisschen, um meine Imagination zu arbeiten. Find ich gut. Hör mal. Celtic Thorn. Was hältst du von dem? Difficult zu sagen. Ein fellow Servant der Nachtsinger wäre sicherlich ein Allei zu mir unter den meisten Umständen. Aber etwas nicht mehr. Ich muss sehen, wo seine Allergienste wirklich liegen. Aha. Sehr seriös von dir. Aber, geh zuerst. Ihr kommt mir in letzter Zeit abgelenkt vor. Ich will nicht, dass wir uns voneinander entfernen. Ich will nicht prüfen, dass ich nicht weiß, was du meinst. Seitdem wir in der Schattelkurs entstanden haben, fühlte ich, dass etwas mich anrufen ist. Einen... ...Purpose, den ich zu finden muss. Gib mir ein bisschen Zeit. Wenn ich herausfinden kann, was ich tun muss, dann... ...dann sollte es mehr Zeit für uns sein. Gut. Lass Blumen sprechen. Trophäe erhalten. Aber warum machst du immer solche, solche, solche Moves? Lass uns schon gehen! Wir sollten jetzt gehen. Ups. Ja, ne. Lass mal. So, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir in der letzten Folge auch von ihr so einen Segen bekommen und brauchen jetzt keine Fackeln mehr tragen. Ist das... Ist das richtig? Apropos. Ja. So. Pass auf, Galle. In die Haupthand kriegst du bitte das... Das Schwert. Meine Fresse. Ablegen. So. Und in die Haupthand bitte das Schwert des ersten Blutes. Passt auch zu dir. So. Und da kannst du dir dann mal hier so ein... Dolch plus eins. Was ist das? Kummer. Eins bis zehn. Sechs bis neun. Was ist denn das? Kriegswaffen? Bist du sowieso... Bist du ungeübt. Ach gut. Da ist der Kummer, ne? Shit. Was ist next? Wolltest du denn Knüppel haben? Drei bis zehn? Pfff. Ja, aber so ein ähnlicher Typ wie du hat das getragen, ne? Aber dann verlierst du dein Schild. Drei bis zehn. Wucht. Komm, du kriegst den Stab und das Schild, kriegst du. Ich habe einen langen Weg nach vorne. Und dass sie immer noch mit dem Schwert vom Anfang rumrennt, das ist der Hammer. Nichts gefunden, was... aus meiner Sicht her auch nur daran reicht. Wir wurden alle kalt erwischt, das stimmt. Wir wurden alle kalt erwischt, das stimmt. Und sie werden dir besser, als Charity. Ich habe in ihren Trapp und es kostet uns. Du hast den Honour, um mich für meine Fehler zu machen. Ich glaube, dass du es wirst. Dann spreche. Euren Namen habe ich schon gehört. Wo? Oh, ein krustierer Balladmonger, ich erwarte. Sie haben mich schlangen, oder schlangen mit ihnen. Depending auf die Bade. Hm. Hm. We die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. Pff. No need of that. Every Harper is a bard unto themselves, I'm afraid. Help me root out this cult. And they can spin stories about you for a change. Yeah, because she did a great job protecting her. Oh, no need of that. I want to go with us. Oh, she trolled her then. There is she. Every scrap of your marrow yearns to end her. Dooming the village would bring foul glory. You can almost taste it. Oh, I'm with you. Unless you want to come back to a gaggle of shadow cursed Harpers. I'm with you. I'm with you. I'm with you. I'm with you. And fell here when they defeated Cothric. The one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. How did you get here? How did you get here? Right place, right time. When a cleric of Saluna stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it to rights. At any cost. I could say the same. But perhaps we should save the trivia till we're on the other side of this thing. Promise not to die and we'll celebrate with our life stories. The moon and shadow. Light and dark. Divine sisters ever at war. And this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily sometimes the choice is obvious. Maybe take a campsite to us. Wohlbren colours. Me a little Glied. I lost a creek saying. Is there a Tetingsstag open? Ok. Was ist denn jetzt überhaupt unser Auftrag? Finde Schutz vor dem Schattenfluch. Sprich mit den Hafen dann außerhalb des Gasthauses zum letzten Licht. Wie kommt der Barrikade? Ach, mit denen da? Ich bin schön, aber es kann ein Essen nehmen. Es wird zu sein. Du meinst, dass du das Moonreis erreichen kannst? Und ich habe dir geholfen, um dir zu helfen. Der Weg nach den Tauern ist so tief, dass ein Torch nicht mehr so weit ist. Aber die Kultisten haben gefunden, um freiwillig zu gehen. Whatever das Methoden ist, du musst ihn aufzuhören. Ein Kultist-Konvoi überrascht die Land, als wir sprechen. Ich habe es in der Abwehr. Ich sage das Wort, und wir fliehen. Isabel's Blessing is a palliative, not a cure. Some shadows even her magic can't counter. Überfallen wir den Konvoi? Ja, komm. Es ist blendet. Ich markiere deine Map, wenn du den Weg verlierst. Harper's with me. Strain no more than an Arms length from your course. Ach, du scheiße. Rest in peace, my friends. I hope a better life awaits you. Was tun wir hier? Ich muss mal gerade da. Ja, aber sind sie nicht. So vieles hat sich in unserer schönen Stadt verändert. Früher schien der Mond hier so hell. Wir standen alle draußen mit bloßen Schultern. Die Gesichter nach oben gewandt, um seine Segnung in uns aufzunehmen. Und jetzt solche Dunkelheit. Ich muss den Mond heimlich beobachten von meinem Fenster. Spätnachts, wenn die Stadt schläft. Manchmal frage ich mich, ob ich die letzte Person bin, die noch in Redwynn lebt. Ah, ich habe Fehler gemacht. Wann haben wir denn hier letzte Mal gar nicht? Kein Schnellspeichern. Weil ich würde ganz gerne jetzt erstmal eine Rast machen. Ja, das machen wir auch. Das sieht nicht aus, als wenn das zeitkritisch wäre. Kloppen wir den in der nächsten Folge ein von Lutz. So, siehste mal. Da sind jede Menge Ausrufezeichen. Sterion. Du hast nix, Lizelle. Grüezi. Okay, Lizelle hat nix. Kratzer. Ich hoffe, du hältst dich gut, Freund. Willst du den Hund jetzt nicht mal mehr streicheln? Angreifen. Du bist ja... Ey, sie ist halt komisch drauf. Boah. Seek out the drider. Crush it like the vermin it is, and let the way to Moonrise open. We can't let the absolute taint my father's mind. Dann we know our mission. All roads converge at Moonrise. I was 11 when the Counselor spotted and slayed an Assassin who stalked Father from the shadows. I was 13 when she brought word of a Goblin Warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved a hundred lives that day. The Counselor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Fathers at Moonrise Towers, and we need to save him. They want violence. They want control. They want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengar to surrender it? Who better than the commander of the flaming fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. We can't and we won't. The shadows be damned. Hey, soldier, I... Well, I'm not feeling so good. Why? My engine is getting worse. Feels like it's going to burst out of my chest. We need to catch up with Daman. See if he's thought of a way to fix this thing. If it can be fixed. Well, I imagine it's light's out, Big K. And then it'll be just you, your parasite, and the wild yonder. I'm sure you'd manage. But this old girl's got a few things to do before it comes to that. You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Hm, much as I enjoy our conversations, I think it's Elminster, we should be catching up with. Ja, wo's der Typ? Unless there's something more pressing, you wish to discuss. Wo is der? Haben wir dem nicht gesagt, der soll ins Lager gehen? You know, I feel a connection between us. Like we're... two souls. Walking the same path. Every step we walk, trails blood. Killing is an instinct for us. I respect you for that. I would keep the murders in our own camp to a minimum. But otherwise, we're very much on the same page. I just worry that we're not considering all our options when it comes to our uninvited guests. How many people are infected with them, do you think? Hundreds? Thousands? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we wield. Who is going to be in the trummers of the moon of the moon of the moon of the moon of the moon. Kontrolliert sie alle. Aber stellt euch nur unsere Macht vor, wenn ihr ihm diese Kontrolle entreißen könntet. Wie willst du das anstellen? Wenn wir die Tadpolle kontrollieren können, können wir uns sicherlich halten. Und ein bisschen die Welt-Domination auf der Seite. Du kannst mir nicht sagen, dass das nicht lustig ist. Ich wusste, dass ich richtig über dich bin. Es ist so gut finden, einen Kindred-Spirits zu finden. Natürlich, das ist alles, dass wir lange genug leben, um diesen, äh, Moon-Rise zu finden. Aber ich fühle mich optimistisch. Hey, dude. Ja. 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 Ah, mein guter Freund. Das ist einfach doch sehverwalt, das ihr hier hast. Ich werde mir einfach einfach so furchtig machen. Vielen Dank! Die muss ich mir erstmal alle in Ruhe angucken. Was ist das? Rostiger durchweg. Und was ist das? Ein Diebeswerkzeug hast du noch, Asterion? Was haben wir denn damit gemacht? Hast du auch keine mehr? Oder habe ich hier eine Truhe gepackt? Achso, er ist Schattenherz. Ja gut. Komm hier, schenke ich dir. Ja, ja. Ich schenke es ihm. Ich will... Ich will Nachlass haben. Die paar Groschen... Aber ich muss mal gerade schauen. Äh... Nö. Das sind nur die Bücher. Aber da können wir die neuen Bücher reinpacken. Ja. 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 Tatsache, ich habe dieses Werkzeug da reingepackt. Ja. Äh... 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 Auf Reisen etwa so nützlich wie rote Pappnasen für einen Clown. Protestsgruppe. Aha. Was wie ich das? 0,1. Dann geht es. Dann geht es. Dann geht es. Ich bin mir sicher, die kann nicht... Könnte ich verticken, aber... Jut, dann haben wir das Diebeswerkzeug. Jetzt bin ich wieder am Start. Jetzt wollte ich noch mal gucken. Äh... Weil eins muss ich ja zugeben, ne? Alles klar. Dann können die weg. Und was ist mit den Schuhen? Gerbers Wonne. Nee. Oder? Ah doch. Immer Gerbers Wonne. Weil... Ihre Fußnägel, ne? Die sind schon... Fingernägel finde ich ja... Finde ich ja ganz heiß, ne? Aber... Die Fußnägel... Äh... Wenn die abends kalte Füße hat im Bett... Da wachst du morgens mit blutigem Waden auf. Das sage ich euch. Jut. So. An dieser Stelle ist Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye. 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 Bye.